Das ist doch langweilig. Willst du damit, wenn du Sex haben kannst? Ich höre Raidman reden. Na gut, Black Butler ist halt auch wirklich sehr gut. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Die Kiste oben hatten wir doch eigentlich mitgenommen. War überhaupt eine Kiste? Oder war das die andere? Ne, die hatten wir definitiv nicht. Glaube ich. Darf man nicht mal ein bisschen trollen? Raidman ist ja nie da. Er ist immer weg. Telefoniert lieber da drüben. Statt hier zu sitzen und das Platoon zu gucken. Das war schon wieder zu früh. Das habe ich vorhin schon nie gekriegt. Kann ich auch mal auf dem Balance kaputt machen? Findet ihr das cool? Jetzt könnt ihr nicht mehr fliegen. Haha. Ich bin so böse. Ich klaue ihnen ihre Möglichkeit zu fliegen. Wo muss das sein? Ja. Das ist nicht anders verdient. Autsch. Bestimmt. Bestimmt mag er das ja. Bestimmt. Da war der Schwamm im Weg. Fast. Zusammen vielleicht. Ich bin 25. Raidman ist 30. Ich muss nur das Katzen. Was? Was? Nein! Dumm! Nein! Wie dämlich! Nein! Und das ist alles deine Schuld, du Penner! Stirb! Blödes Vieh! Mann, du... Unnötiger Tod! Komm! Nicht deine! Der Oktobomber ist schuld! Na vorbei! Bleib so ein bisschen! Nein, bleib hier! Bleib hier! Ich kann mich doch nicht so alleine lassen! So, dann fehlt jetzt nur noch Welt 3! So! Dann gehen wir jetzt in Welt 3! Ich bin hier raus! Luftballon! Luftballon! Er ist zwar online, aber er sitzt hier nicht! Luftballon! Warum gibt's dafür kein Emote? Tja! Wo war Welt 3? Ist das da hinten? Welt 3, ja! Das... War die Karte, die gefehlt hat! Okay! Warum gibt es kein Cover-Mode, Emote? Oh Gott! Das wäre zu leicht! Kannst du ja nicht machen! Wir wollen Herausforderung! Wenn es um Emojis geht! Ich bin hier da ran wahrscheinlich nicht! Nee, gut! Gut! Au! Soll das! Kannst du mir nur einfach so ins Gesicht boxen! Wie hoch! Hier ist definitiv auch die Kiste! Ich meine auch die Kiste hatte ich gesehen und bin daran vorbei! Da unten ist jedenfalls kein Kiste! Ich meine auch die Kiste! Hier ist mein weiteres Kiste! Was hat die Kiste? doof, wa? Weißt du, was der schönste Joke ist? Was über Twitch. Kein Donate, etc. geklauter Laptop und Internet von dem Nachbarn. Free Entertainment. Ja. So kann man natürlich auch leben, das stimmt. Das hat alles Vorteile. Juhu. Ab durch den Schrimpsring. Ja. Hier ist auch nichts zu holen. Hier ist auch nichts. Hier ist eine Kiste. Hier ist aber unwichtig. Hier ist auch nichts. Das Online-Match kommt noch. Ich möchte nur voll meine verlorenen Items einsammeln. Dann mach ich das. Gut. Hier ist noch eine Kiste. Die hatte ich jetzt mal auch. Die hatte ich auch. Ja, ist die. Das braucht doch. Die Karte. Hallo. 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 Fisch einsammeln. Und hier hinten. Ja, komm. Das ist es. Ich mich nicht. Warum seid ihr so viele? Was soll das? Sei nicht so gemein zum Wort. Ich weiß, du legst dich gerne mit Bots an. Aber er hat dir nichts getan. Er hat dir nur ein Zitat am Kopf geschmissen. Was hätte ich das Zitat? Das fand ich so ein gutes. Nein, das ist nichts. Keine Kissen, keine Kissen. Das ist auch nicht das, was ich haben will. Mehr war die. Da habe ich auch nicht. Nein. Da ist sie auch nicht. Gleichheit. Huch. Warte, das ist doch gemein. Die Tintenfische verstoßen die Oktopusse. Und was passiert? Sie wollen auch da sein. Und was machst du? Schlachtest sie ab. Mit Tinte. Ich bin gerne gemein. Das macht Spaß. Morgen gibt es übrigens auch einen Stream. Tatsächlich ist es ein Koop-Stream mit Raidman. Und zwar spielen wir dann Terraria. Falls sie das was sagt. Man könnte sagen, es ist Minecraft in Pixel-Grafik. Nun nicht in Kasten. Ich habe es selber nicht gespielt. Raidman hat es schon oft gespielt. Könnte etwas interessant werden. Könnte ich sagen, wenn ich es gewusst hätte. Nein. Stirb. Himmeliges Vieh. Kann ich sein. Ich habe dich genommen gesehen. Hast du schon gebadet in der Tinte. Wie sollst du das verstehen? Ja, da ist mir gerade so nicht eingefallen, die Erklärung. Sonst hätte ich es wohl gebracht, ja. Typ, du bist mir im Weg. Der weiß auch nicht, wo er hin will. Oh mein Gott. Oh!